Geht ja gar nicht. Kriegst du aber gar nicht durch, ja. Ach, das geht nicht. Ne, das krieg ich nicht mehr. Kriegst du nicht durch? Ne. Meine starke. Das ist ja so Palmelonen. Wie kriegst du die so schnell durch? Ohohoho. Jetzt. Ja, das geht mit dir. Wie müsste das Mist gehen? Halt mal ein bisschen mit fest hier. Die Finger musst du ja schon wegnehmen. Ja. Die Melone sollst du festhalten. Oh. Oh, sieht doch gut aus. Da seht ihr, Leute. Die Melone ist wirklich geworden. Jetzt werden wir gleich mal gucken, wie sie schmeckt. Sieht doch gut aus. Einmalfrei. Kerne sind drin, oder? Ja, das ist ja. Die Kerne bleiben aber drin. Kann ich mal nicht kosten? Mach ich mal eh. Ja. Ja. Und? Wie schmeckt es? Das ist ja süß. Ja, so. Ja. 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 auf dem